Ohne Verhandlung würden die Fabriken 1000 Schadstoffeinheiten in den See ablassen. Die Chemiefirmen können den Fischern nun aber eine Reduktion der Schadstoffe anbieten, wenn sie dafür eine Kompensation gezahlt bekommen. Sie sind freiwillig bereit, auf Verschmutzung zu verzichten, wenn sie dafür mindestens so viel gezahlt bekommen, wie es ihren Vermeidungskosten entspricht. Das Angebot an Verschmutzungsverzicht der Fabriken steigt daher von rechts nach links betrachtet mit der Höhe des Preises, den die Produzenten von den Fischern als Ausgleich geboten bekommen. Umgekehrt sinkt die Nachfrage der Fischer nach einem Verschmutzungsverzicht, je höher der Preis ist, den sie dafür an die Chemieunternehmen zahlen müssen. Dies entspricht dem Verlauf des Grenzschadens, ebenfalls von rechts nach links betrachtet. Solange die Zahlungsbereitschaft der Fischer für eine weitere Reduktion der Schädigung die Grenzvermeidungskosten der Chemiefirmen überschreitet, werden die Fischer die Fabriken durch Zahlungen zu einer Verringerung der Giftmengen veranlassen. Das ist so lange der Fall, wie die Gerade der Nachfrage nach Verschmutzungsverzicht noch oberhalb der Gerade für das Angebot liegt. Das Verhandlungsgleichgewicht strebt also auch hier gegen die optimale Schadensbegrenzung auf 600 Mengeneinheiten. Unter Konkurrenzmarktbedingungen würde auch in diesem Fall ein Preis von 400 Euro pro reduzierter Schadenseinheit vereinbart werden. Die Fischer würden in Höhe des Rechtecks eine Kompensation von 160.000 Euro zum Unterlassen von 400 Schadenseinheiten an die Chemieproduzenten zahlen. Dies ist gegenüber der Ausgangslage für die Fischer vorteilhaft, denn sie müssen in Höhe des roten Dreiecks weniger zahlen, als sie an vermietener Schädigung als Gegenleistung erhalten haben. Die Chemiefabriken haben mit dem Handel ebenfalls einen Vorteil erzielt. Sie haben nämlich im Umfang des grün markierten Dreiecks mehr an Ausgleichszahlung erhalten, als ihnen an Kosten zur Vermeidung der 400 Schadenseinheiten tatsächlich entsteht. Untertitelung des ZDF, 2020